Guys, you can bet for the final. Jungs, set it, mach das Finale. Ich lasse uns im Discord mit Genstar-Final-Mucke. R9 Kilian, 1-0 Team Maestro, 1-0 Niklas Jakobsen, du kannst es split, aber ich denke, ich muss den Admin fragen, weil nur ein Team hat das Geld. Und dann muss das andere Team das Geld an das andere Team senden. Mein Englisch ist gerade komplett broke. Oh, Maestro. Oh, warte mal hier. Die sind da. Oh, oh. Boah, was ein Pass, Digga. Wie gut das war. Das könnte Matchball jetzt sein. Das könnte der Matchball sein. Wenn die... Er flankt nicht. Okay, okay, okay. Ich dachte, der Flank, Digga. Er macht den sicheren. Das ist für das Safe-Tor. Oh, oh. Die machen den sicheren, die Jungs. Die Jungs machen den sicheren hier. Team Maestro X-Elean. Win the Tournament. Maybe. GGs in den Chat. GGs in den Chat. GGs in den Chat. Oh. GGs in den Chat. Team Maestro X-Elean. GGs. GGs. Alle sind, glaube ich, totmüde, ne? Der ist komplett tot, ne? Der ist komplett... So. GGs Chat. It was a great Tournament. GGs Pitbull and Ferraro Pepe. GGs Maestro and Elean. Top-Players. Haut rein. Bis gleich. Bis später. Bis morgen. Alles gut.